Allerdings sollten wir uns auch nicht von der Frage verschließen, ob die Vereine in der heutigen Zeit noch in der Lage sind, diesen Anforderungen nachzukommen. Können sie diese Arbeit überhaupt noch leisten? Ist es überhaupt noch Aufgabe dieser Vereine? Gibt es überhaupt noch klassische Integrationsarbeit? Diesen und bestimmt noch andere Fragen wollen wir uns heute stellen. Im Verein entsteht ein soziales Netzwerk, das auch außerhalb des Sportplatzes trägt. Wer mitmacht, gehört dazu. Wer mitmacht, ist Teil der Gemeinschaft. Für Menschen, die noch nicht lange bei uns leben, die sich noch orientiert und noch nicht recht angekommen sind, in unserer Gesellschaft kann der Sport eine Einflusskarte sein. Dasselbe gilt natürlich auch für diejenigen, die schon lange hier leben, sich aber trotzdem noch nicht so recht integriert fühlen. Was zählt im Sport sind Leistung und Verklärung. Herkunft, Nationalität und Sprache sind unwichtig. Man tut sich anständig mit den Begriffen Integration und Migration, weil in der Hand steht Nation und in der Nation steht da natürlich religiöse Vorstellungen. Und ich denke, da kann ich Ihnen auch folgen, ich bin unheimlich dankbar, weil einem das immer irgendwo so rumrohrt, macht man das richtig. Also bei uns ist es so, dass wir uns nicht an der Nation orientieren, sondern an den Bedürfnissen, an den menschlichen Bedürfnissen. Und diese Nationen übergreifend im Deutschland gleich. Also das sind Brücken und man kann sagen, es gibt für den Einzelnen eine wichtige Funktion, nämlich die persönliche Integration. Und da sind diese Vereine wichtig, weil jede Person muss integriert sein in irgendeinem gesellschaftlichen Umfeld. Und da sind sie wichtig. Und wenn sie dann diese Brückenfunktion wahrnehmen, dann funktioniert das bestens. Wenn wir halt noch mal zusammen bei der Kirche sind, wir trinken und sich nicht nur im Sport bewegen, dann ist alles gut. Und danach ist dann der Abstand wieder da, sondern dass man danach sagt, okay, den kenne ich, der ist ganz cool. Und dass dann die Nation nicht mehr die Rolle spielt. Ich meine, die Kinder wertvolle ab. Untertitelung des ZDF, 2020